Liebe Schwestern und Brüder, jeder, der damals zufällig am Berg Golgotha vorbeikam, als Jesus gekreuzigt wurde, der musste eigentlich denken, gut, dass sie diesen Verbrecher hinrichten. Denn warum sollte sonst jemand diese Strafe bekommen? Einer, der zufällig mit ansieht, wie Jesus zwischen zwei anderen Verbrechern gekreuzigt wird, der musste denken, dass Jesus auch ein Verbrecher sei. Und Jesus kann am Karfreitag nicht vom Kreuz herabrufen, nein, nein, das stimmt gar nicht, ich habe nichts Böses getan, ich erlöse gerade die Welt. Weil aber das Kreuz missverständlich sein kann und weil Jesus am Kreuz nichts mehr erklären kann, darum erklärt er den Jüngern und uns den Sinn seines Sterbens am Abend vorher. Da feiert er Pascha. Im Evangelium haben wir davon gehört, wie dieses Pascha-Mahl vorbereitet wird. Jedes Jahr hat Jesus als Jude dieses Fest gefeiert. Das Gegenwärtigwerden, das Vorbeikommen Gottes, der durch den Tod ins Leben führt. Zu den wichtigsten Ereignissen des Volkes Israel gehörte, dass Gott sie aus der Sklaverei Ägyptens gerettet hatte. Und diese Rettung feierten die Juden jedes Jahr mit einem festlichen Essen in der Familie. Jesus hat das jedes Jahr mit seinen Eltern und später mit seinen Jüngern gefeiert. Und er feiert es auch am Abend vor seinem Sterben. Tradition ist, dass zu Beginn des Essens der Vater ein Brot in Stücke bricht, sie an alle verteilt und dann sagt, schaut mal, das ist das Brot der Tränen. Das ist das Brot, das wir in der Sklaverei essen mussten. Es erinnert uns an alles Leid, an alle Unterdrückung, an alles Traurige. Und am Ende des Essens reicht der Vater einen Becher Wein herum und sagt, und das ist der Kelch der Freude. Gott ist vorbeigekommen und hat uns gerettet. Pascha feiern heißt, Gott kommt vorbei und führt mitten durch den Tod ins Leben. Nicht am Tod vorbei, sondern mitten durch. Aus dem Tod ins Leben, aus der Angst in die Freude, aus dem Leid ins Vertrauen. Und das feiert Jesus mit seinen Jüngern am Abend vor seinem Leiden. Aber bei diesem Essen ändert er plötzlich etwas. Er nimmt auch das Brot, wie es Tradition ist, aber spricht nicht den Satz, den sonst die Väter beim Essen sprachen, sondern sagt, das ist mein Leib. Und zum Wein sagt er nicht mehr das, was man traditionell sagte, sondern er sagt, das ist mein Blut, das wird morgen am Kreuz für euch vergossen. Morgen am Kreuz geschieht Pascha. Dann kommt Gott vorbei und führt mich und euch aus dem Tod ins Leben. Wenn wir heute im Evangelium hören, dass Jesus das Pascha mal vorbereiten lässt und dass er es mit seinen Jüngern feiert, dann geht es genau darum. Vielleicht haben die Jünger aber gar nicht verstanden, was Jesus ihnen da anvertraute. Das wurde ihnen erst nach der Auferstehung klar. Und da wussten sie, wir müssen das immer wieder tun. Wir müssen dieses Vorbeikommen Gottes feiern in der Eucharistie, so wie wir es auch heute tun. Denn dadurch werden wir lebendig. Christus verspricht uns, dass er anwesend ist und dass Gott in unserem Leben vorbeikommt, um uns zu helfen. Wir müssen das sehen, wie es ja kann. Alles klar. Vielen Dank.